Herzlich Willkommen zurück zu Vampyr. Wir sind letztes Mal aus dem Ascalon-Club rausgeflogen, nur weil wir das Außen nicht zum Vampir gemacht haben. Jaja, schlimme Sache. Und jetzt haben wir halt hier noch diese Vampyrä hier. Ich weiß einfach mal zu, auch wenn es eigentlich gerade unnötig ist, gegen die wir jetzt damit kämpfen müssen. Lord Finney. Okay, das haben wir jetzt dann halt hier auszubaden. Oh, der hat reingegauen. Ja. Das sollte ein Nachbar sein. Mist. War schön, dass er auch nicht so gut trifft. Oh, nee. So. Lord Finney ist Geschichte. Teil eines guten Griffes. Okay, dafür gibt es ordentlich... dafür gibt es guten Loot dafür. Nehme ich doch gerne mit. Sehr cool. Ähm, genau. Wir wollen jetzt erstmal zum Priester. Den wollen wir noch einmal mitnehmen. Der Vorteil ist, wir können dann auch, wir können dann auch, ähm, den Blutsperr verbessern. Das sollte dann auf jeden Fall reichen. Äh... Dann hier vorne links abbiegen. Hier. Ja. Da sollten wir jetzt genau zur Kirche kommen. Dann können wir uns hier auch verbessern und dann... ...das Hospital retten. Also das Krankenhaus retten. So, mein Freund. Der täglich ja so ähnlich wie Thorsten. Er ist Vater, Wittaker, mein Sohn. Also... Erstmal gucken, wie es eben geht. Ihm geht's gut. Sehr schön. Dann... Dummi-dum. Vielleicht ist es dann ja auch schon mit der Letzte, den wir jetzt vernichten müssen. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt jemals, ähm, Mesmerisierung Stufe 6 bekommen können. Oder ob Stufe 5 tatsächlich schon das Maximum ist. Die Stützen hatten ja immer Stufe 6. Wobei wir die ja zum Teil auch, ähm, so töten konnten. Also halt nur Missionen töten konnten. Ja. Er hat sein Leben. Bitte verabschiede mich, mein Herr. Weil meine Augen waren blind zu dem Devin in fronte mir. Sein Kreuz und sein Feuerzeug haben wir bekommen. Okay. Interessant. Ja, hier geradeaus. Da kommen wir direkt zum Unterschlupf. Perfekt. Darum ist er. Können wir uns jetzt vor dem Kampf ums Krankenhaus hier gleich nochmal ein bisschen verbessern. Gerade final sagen, was ja Blödsinn. Geht wahrscheinlich noch ein bisschen länger, das Spiel. So. Wissen tue ich es natürlich nicht. So. Verbessern. Wir können die Ultimative. Wir können aber auch endlich den Blutsperr auf Maximum bringen. Das machen wir auf jeden Fall. Eine wunderschöne Fähigkeit. Sehr schön. Ähm, ja und dann. Was machen wir noch? Zustand des Körpers könnte man noch machen. Wir könnten auch die Ultimative Fähigkeit noch verbessern. Dann ist allerdings Schluss. Wir könnten Gesundheit nochmal hochpushen auf. Fast auch aufs Maximum. Können auch die Ausdauer. Ja doch, die Ausdauer sollten wir vielleicht nochmal erhöhen. Erstmal so. Und mit dem Blut. Da sind wir eigentlich auch noch recht zurückständig. Die würde ich jetzt sogar noch zweimal erhöhen. Ja. Können wir machen. Und dann können wir jetzt, wenn wir hier noch den festen Bist, dann nochmal ein bisschen raufballern. Und dann haben wir die Bunte, glaube ich, ganz gut investiert. Die folgende Nacht. Aloysius Dawson ermordet. Schreckensnachricht für London. Aloysius Dawson, Leiter des Dawson-Imperiums, starb letzte Nacht gegen 4 Uhr. Eines der Zimmermädchen seines Anwesens fand ihn heute Morgen in seinem Bett in einer Blutlache vor und meldete den Vorfall umgehend der Polizei. Momentan werden etwa zehn Hausangestellte verhört, doch bis jetzt ist der Täter nicht identifiziert. Mr. Dawson wurde in London geboren und war viele Jahre lang ein wohltätiger Gönner der Stadt sowie ein gläubiges Mitglied der katholischen Kirche. Er hatte viele Facetten. Geschäftsmann, Arbeitgeber, Vater und Bruder. Die wenigen Glücklichen, die ihn persönlich kannten, mich selbst eingeschlossen, wussten jedoch, dass er noch mehr war. Er war ein Visionär. Er sah eine Zukunft für die von Verbrechen geplagte Hauptstadt. Er sah Wege, unsere Familien und Freunde vor den Gefahren von außen zu schützen. Er sah, wie er selbst als reicher und einflussreicher Mann sein Vermögen zu unserer aller Wohl einsetzen konnte. Mr. Dawson wollte die Stadt in eine Festung verwandeln, in der die Tugendhaften in Frieden hätten leben können. Leider stürte dieses Ideal den Neid anderer und sie nahmen in ihm das Leben, sodass er sich nicht mehr an den Früchten seiner Hingabe erfreuen konnte. Mr. Dawson hinterlässt eine Tochter und viele Bewunderer, die um ihn trauern werden. Oh, hier sind wir jetzt auch schon kritisch, fast feindlich. Eieiei. Zack, 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 zack. Was ist denn hier passiert? Hier sind jetzt alle tot? When Whitechapel fällt, fallen auch wir. Sie, reich genug, um diese Zeitung zu kaufen, despektierlich genug, um über die Überschrift dieses Artikels zu spotten und neugierig genug, um ihn trotzdem zu lesen. Sie sollen die Wahrheit über die sogenannten Nachrichten erfahren, die Sie in der Londoner Presse lesen. Letzte Nacht wurde Whitechapel nach einem abrupten Anstieg der Sterberate evakuiert. Tausende Einwohner wurden hastig evakuiert und in Krankenhäuser und auf Stationen verlegt, in denen es bereits von sterbenden Familien wimmelte. Einige von ihnen befanden sich in schlechter Verfassung. Den meisten hatte der stille Schrecken der letzten Tage und Nächte schwer zugesetzt. Werden Sie anderswo von dieser Katastrophe lesen? Nein. Ist es mir erlaubt, darüber zu schreiben? Noch weniger. Journalisten werden geknebelt und zum Schweigen gebracht. Es wird Ihnen verboten, ein Bewusstsein für das Grauen zu schaffen, das sich direkt vor unseren Augen abspielt. Hören Sie mir zu. London geht zugrunde. Schützen Sie sich und Ihre Angehörigen vor dieser Krankheit, aber verschließen Sie nicht Ihre Augen vor ihr. Sie ist hier und sie macht keinen Unterschied zwischen Jung und Alt, Arm und Reich. Mein herzlicher Dank gilt meinen Kollegen, deren Namen ich zu ihrer eigenen Sicherheit nicht nennen werde, die mir geholfen haben, die Zensur zu umgehen. Sie ist die wahre Seuche Londons. Ich übernehme die volle Verantwortung für diese Veröffentlichung und flehe die Behörden an, ihre unsinnige Überwachung zu beenden. Ach so, das heißt, sobald das unter dieser 50%-Marke fällt, ist der Bezirk tot. Okay. Sobald er feindlich ist, ist vorbei. Das heißt, hier sind wir aber auch schon ganz knapp davor. Okay, hier ist nichts passiert. Und hier auch nicht. Alles klar. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah, jetzt haben wir das letzte hier auch noch freigeschaltet. So, was machen wir jetzt mit dem Kreuz? Das würde mich auch nochmal interessieren. Das müsste dann ja irgendwie in unserem Inventar irgendwo sein. Und was fehlt mir hier noch? Krass. Weil dann können wir auch die Sachen hier nicht mehr machen. Ein wertvolles Kreuz, das Fahrrad-Tobai-Spot-Taker stets bei sich trug, wenn er das Verlangen hatte, das statt etwas Böses auszutreiben. Ach, das können wir verkaufen. Okay. Den Plundern, ja, den könnte ich wirklich mal verkaufen. Mal gucken, wie das jetzt dann hier aussieht. Okay. Ich hole mich die Gegner. Kann sein, dass wir jetzt hier mehr Gegner auf uns warten. In diesem Bezirk. Hier waren wir noch gar nicht. Gut, gehen wir jetzt zum Krankenhaus. Retten wir es. Nachdem das jetzt hier in Whitechapel so zugrunde gegangen ist. Aber gut, den Pfarrer, den haben wir noch gekriegt. Der Rest wurde evakuiert. Gut. Kann man machen. So. Ja, perfekt. Genau richtig. Hm, da ist schon wieder so ein Vampir. Zack. Aber gegen den Vampir bringt das nicht so viel. Oh. Interessant. Da kommt gleich noch ein Kollege. Das ist natürlich jetzt auch cool. Aber wir haben ja noch die ultimative Fähigkeit. Die hier an sich auch schon ziemlich ultimativ ist. Oh, dann ihn nicht zu einem Vampir zu machen, war dann wahrscheinlich der schwerere Weg. Ja, kann ja dann Territory sein. Das ist mir ja egal. So. Das ist mir ganz gut, sich erstmal hier auf einen zu konzentrieren. Wobei, den haben wir sogar schon. Sehr schön. Der war dann ja gar nicht so schlimm. Verdammt. Keine Kondition mehr. Nicht gut. Oh. Der ist zu schnell. Bei dem kann ich nicht abhauen. Funktioniert meine Taktik doch nicht. Der nervt. Der nervt. Jetzt glitscht er da durch. Ganz toll. Jetzt habe ich mal getroffen. Yay. So. Ein bisschen Blut wiederholen. Gibt es ja nicht. Und ein bisschen heilen vor allem. Das müsste doch jetzt eigentlich reichen. Und wo ist jetzt der große Kollege? Da ist der große Kollege runtergekommen. Gut. Mal gucken. Wie weit wir jetzt hier kommen. Da blieb doch noch irgendwas, oder? Ach so. Das ist nur ein Plakat. Die sind erstmal nicht so wichtig. Wie kann der denn da mich treffen? Unfassbar. Ja, ist ja gut. Darf ich jetzt mich hier nochmal ein bisschen bewegen? So. Weg mit dir. Flatsch. So. In diesem Mal habe ich dran gedacht, auf wegzugehen. Aus genau dem Grund. Unfassbar. Ich glaube. Ja. Das ist unser Weg zum Krankenhaus. Ich bin echt mal gespannt, was uns da dann für ein toller Kampf erwartet. Ist ja auch hier keine Zeit verlieren. Wir haben jetzt nochmal eine Nacht geschlafen. Wie geht es denn hin? Das. Geht gleich tot. Ich glaube, den... Ja, super. Das war jetzt natürlich nicht so negativ. So. Gut, das hat ganz gut reingehauen. Er mag das nicht so gerne. Aber der haut dafür ganz schön zu. Da müssen wir ein bisschen Blut für verwenden. Ah, jetzt wollte ich auf den eigentlich gehen. Wir sind zwar hingefallen, aber wir stehen im Gegensatz zu ihm. Wieder auf. Ne. Das kommt davon, wenn man sich gegen den Ascalon Club stellt. Das ist die Frage. Vermutlich schon. Das ist die Frage. Vermutlich schon. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Was haben sie gemacht, Edgar? Haben sie ihn umgebracht? Nein. Ich hoffe nicht. Folge der Blutspur. Okay. Dann nichts wie hin. Da geht's weiter. Nach oben. Jetzt kommt man also auch mal nach oben. Okay. Ach, da steht ja auch hier. Bezirk für sich dem Chaosbürger werden als vermisst gemeldet. Okay. Ja, gut zu wissen. Ja, gut zu wissen. Das ist die Frage. Das sagt viel über wie viel er sich verpasst. Was hast du gemacht, Edgar? Nicht zu fragen. Wir haben nicht zu tun. Humus. Selbst wenn dein Freund eine kleine Verpflichtung für etwas. Was hast du gesagt? Wir wissen. Alles. Swansea und du haben diese blöde epidemie. Du hast einen anderen Verkaufst. Wie William Marshall macht. Nein, ich versuche einen Ende zu erinnern, genau wie du bist. Du bist ein Progenie, nicht wahr? Wo ist das Monster hiding? Es ist noch in England, nicht wahr? Ich habe keine Ahnung, was du bist. Jeffrey, bitte hör mir. Keine Fehler. Das Scheiß wird nicht mit mir funktionieren. Wir haben in der Theater gefunden. Doris Fletcher war dein erstes Experiment. Jetzt wo ist Marshall? Geh! So viel für die Technologie moderne. Zeit für die Wahrheit und die Wahrheit. Du weißt, was das ist, Beast? Das ist ein Blut von King Arthur. Blut von einem wahrer Befinger von Britann. Er ist stärker als deine Schmerzen. Das ist schrecklich. Und diesen Kampf, den sehen wir uns in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.